So, jetzt gehen wir noch zum Nachtisch. Ein bisschen Schokolade, ein bisschen Eis. Hier gibt es auch Möbenbeck-Eis. Und hier lassen wir es uns jetzt gut gehen. Hier gibt es auch schöne Häppchen. Da kann man es sich richtig gut gehen lassen. Auch ein Sandwich kann man hier essen. Wer zwischen drin vom All-Inclusive noch nicht genug hat, kann hier auf jeden Fall nochmal nachlegen. Hier gibt es für jeden was. Ganz, ganz leckere Sachen. Und wir gehen ganz hinten zum Möbenbeck. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf, auf das ganz leckere Möbenbeck-Eis. Und das ist halt was Feines, wenn du ein Fünf-Sterner-Luxushotel hast, kannst du hier halt essen, schlausen, schmausen. Lecker, 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 lecker. Alter, und da kann man sich jetzt schön bestellen, was man ist. Einfach genial. Aus der Möbenbeck-Eis nur.